Hallo, ich bin Niklas. Ich wurde 1999 geboren und mein Traumberuf ist, Schauspieler zu werden. Ich bin in einer Theatergruppe und habe auch schon mal bei einem Abschlussfilm mitgespielt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin ins Tonstudio gegangen, da war so ein Raum dann, da hatte ich ein Kopfhörer auf, dann habe ich einfach ins Mikro gesprochen. Musik 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 Musik